Wir sind die Azubis der Fachkliniken Wangen. Gesundheits- und Krankenpflege ist ein toller Beruf. Wir betreuen Menschen in schwierigen Lebenssituationen, bei Krankheit, nach Unfällen, in Lebenskrisen, aber auch nach schönen Erlebnissen wie einer Geburt. Zu unseren Aufgaben gehört zum Beispiel, eng im Team zu arbeiten, Menschen bei der Körperpflege zu unterstützen, Menschen zu bewegen und zu mobilisieren, Menschen ausreichend mit Essen und Trinken zu versorgen, die vom Arzt angeordneten Medikamente und Therapien zu verabreichen und zu überwachen. Wir lernen sehr viel über das Leben, das heißt über Funktionen des menschlichen Körpers, über Krankheiten, über Medikamente und Therapiekonzepte. Die Gesundheit und Krankenpflege bietet nach der Ausbildung eine Vielfalt von beruflichen Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ist eine Einsatzmöglichkeit auf der Normalstation, in der Neurologie oder auf der Intensivstation. Das Besondere an der Ausbildung in den Fachkliniken Wangen ist, dass die Ausbildung hier einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gibt in allen Bereichen Praxisanleiter, die uns motiviert, was beibringen. Ich kann hier immer meine Dienstplanwünsche einbringen. Besonders gut ist, dass wir Auszubildenden immer zusätzlich eingeplant sind und somit optimale Rahmenbedingungen für die praktische Ausbildung haben. Wir arbeiten im Schichtbetrieb inklusive Nachtdienst und Dienst am Wochenende. Aber eigentlich ist das gar nicht so schlimm, da wir wiederum frei haben, wenn andere beim Arbeiten sind. Ich finde den Schichtbetrieb und die damit verbunden Flexibilität sogar richtig gut. Pflege ist ein Beruf mit Zukunft. In die Pflege kann man in jedem Alter einsteigen. Komm zu uns und pfleg mit uns.